Äh? Komm her! Was sind denn die Flammen in der Aktion? Ah! Hier kann man verschiedene Waffen nehmen! Interessant! Sind alles Space-Bush-Slayer? Ah ne! Oh! Oh! Ich will dir eine andere Waffe nehmen! Oh! Der war böse! Und weiter drauf! Weiter drauf! Weiter drauf! Oh, ich sollte fast auch mal spawnen! Habe ich jetzt alle Waffen? Jawoll! Wo bist du? Da bist du! Hör vor mir weg zu laufen! Ich weiß was, du willst weglaufen, wenn ich ausgebaut bin! Mich schnell wieder hier... Hast du da? Ja! 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 Ich verfehlt die ganze Zeit! What the fuck? Kann doch nicht sein! Ich hoffe diesen scheiß Space-Bush-Schläger zu nehmen! Nein! Ich meinte meinen Typen! Ja du Sack! Was ist du da? Sprungangriff! Scheiße! Ja! Ja! Oh! Warte! Alter wie meiner nicht zuschlagen will! Ich krieg... Kann doch nicht sein! Was sagt der die Scheiße? Was hast du? Hast du dich denn jetzt rumgetrieben? Ich hab mich rausgeklettert! Ich seh es! Was überhaupt erlaubt ist! Ich komm doch nicht raus! Ich komm doch nicht raus! Ich komm doch nicht raus! Ich komm zurück! Wenn ich im Weg wieder rein... Ich steh! Ich bin noch höher! Ich bin auf den fucking Balkon geklettert! Ah ok! Auf den Balkon drauf! Oh Gott! Alter! Wo bist du denn hin gelohnt? Ich komm nicht mehr rein! Ich bin auch jetzt draußen! Ah! Wo bist du denn? Irgendwo! Nein! 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 Ah! Jedes Mal! Warum bist du denn da so fucking schnell? Ich bin ein... Athlet! Ich weiß es nicht! Wann darf ich jetzt jedes Mal hier rausklettern oder wie? Nee ich komm grad wieder rein geklettert! Oh Scheiße! Wann ich die Treppe erwische würde? Warte mein Typ ist so dumm! Sprungangriff! Oh fuck! Ja endlich! Ah! Oh fuck! Oh da wird es zum Dauern! Oh eine Austauschung bekommen! Cool! Oh lol! Ich hoffe ich fällt nur in den Schlitz rein! Na! Ja! Schlag ihn doch! Nein! Schlag ihn weiter! Und weiter! Und weiter! Toll! Ich muss wieder aufs Arena rausklettern neben dir! Scheiße! Oh fuck! Okay! Hast du dich umgelegt? Nein nein! Ich hab ne voll doofe Idee bekommen! Sieht nur noch 40 Sekunden aber naja! Muss ausreichen! Bist du denn? Ich lauf grad das Gebäude hoch! Warum? Weiß ich noch nicht! Ich merk's! Du kommst auch nicht hoch! Okay! Na das ist eine Zeit die verloren geht! Du musst ja gewinnen! Du musst noch ein paar Kills machen ob du gewinnen kannst! Ja! Ja! Wegen mich pro! Warum? Woher? Woher? Wo ist dein Geld? Da unten! Wenn ich da runterspringe? Ne du! Wieder nur 5 Dollar! Hörst dich mit 5 Dollar! Hä? Gleich für eine Cuppe und Zigaretten! Und ich rauche nichtmals! Ja! Kletter da hoch! Nein geht nicht! Kletter nach oben du Arsch! Da ist schon wieder einer! Hahahaha! Nein nein nein! Nein! Hä? Ja! Ich hab dich zweimal getroffen! Warum bist du nicht gestorben? Weil ich einfach der Größte und Allerbeste bin! Wie noch niemand vor mir war! Naja du hast nur Hexeplan gemacht hier! Glaub ich ja nicht! Ich muss erst mal Drogen holen ja! So! Ja! Toll! Stell dich mal bitte an den Zaun! Hä? Nein! Ja! Nein du! Du! Du Hure! Hahahaha! Na los Born! Komm her du! Nein! Nein! Ja! 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 Komm! Nein! Halt abgelaufen! Ich bin erster! Alter! Es gibt doch nur Nachkampfwachen! Oh! Fast 10.000 bekommen! Nicht schlecht! Über 1000 Erfahrungen! Geil! Alter! Alter! Was? Ich hab so ne Bitch mit nem Basie in der Hand! Als Bild! Okay! Mensch Rockstar! Wie oft noch? Ich will meinen Radiosender haben überhaupt! Mit Chat? Ja Chat! Ah ja! Okay! 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 Und den nehmen! Alles klar! Wenn ich nur den einen gibt! Ja! Wie kann ich den hochziehen? Bei dem Numpad! Bei 5! Bei 5! Achso! Ja! Mach mal einen! Ich hab bereit gemacht! Ich hab auch bereit gemacht! Ich bin auch bereit! Ich bin auch bereit! So! Okay! Ich bin schon gespannt wie ich mich jetzt schlage! Also sie sind vom Handling besser! Wollen wir sehen! Okay! Mit nem Numpads! Oh! Ganz schön gewöhnungsbedürftig! Oh! 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 Wie schneller als ich! Warum? Weil ich wahrscheinlich zu viel rumalber hier! Ja! Ja! Oh! Ganz knapp! Oh! Alter! Oh! Nein! Oh! Oh! Alter! Oh! Alter! Alter! Oh! Ich hab's ganz! Ich hab's! Nein! So zieht der nicht mehr nach oben! Du Hure! Oh! Alter! Ich... Nein! 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 Alter, zieh doch! Nein! 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 Ja, nice! Boah! Du stopfst nicht die ganze Zeit Wir brauchen es nur um da durchzufliegen Mensch Musst du grad sagen Ja, ich krieg den Checkband Ich bin jetzt dreimal den Checkband geflogen und er nimmt den nicht an Was soll ich machen? Scheiße Wenn Leute die Aufnahme se- Nein! Oh! Fuck! Ich will dich Du bist ja Moin! Oh! Ich mag das Fliegen Wo fährst du hin? Was machst du da? Ja? Fahr weiter! Wie weiter? Ja, wo willst du hin? Hier rein! Da kommst du nicht rein Hast du gekippt? Oder was ist los? Ich hab keine Bocken mehr Ich steig aus Alter, die waren alle so scheiße Der fährt hier auch Der fährt einfach mal hier gegen gegen Abstehen Alles ok Alter, warum bin ich hier gelandet? Alles nur Psychos Gib mir mal ein Auto Gib mir mal ein Auto Das ist von der Stadt Jetzt krieg ich wieder Cops Hä? Wieso sitzen bei dir zwei Leute drin? Hä? Schüttel die Cops ab Ah, ich muss das Auto fahr- Ah, ich muss das Auto liefern Hab ich aber keinen Bock drauf Hab ich mir genau das richtige Auto ausgehört Hä? Sind wir jetzt auch in Public-Star-Ronde? Hä? Aber steht jetzt den Puh-Kopf-Wagen vor dem Muni-Laden? Hä? Die Puh-Kopf-Wagen ist nur noch kaputt Hä? Ich bin verwirrt Oh mein Gott Das war jetzt lustig Mh Ok, mal die Cops, damit du mich stuhl lassen